Ja, recht schönen guten Tag allerseits. Ich heisse Michael, Michael Vedra, Vater zwei Söhne, wohne in der Schweiz. Möchte ich Ihnen einige Informationen geben über das Wasser. Wasser ist bei weitem der am häufigsten vorkommende Bestandteil aller lebenden Organismen und von den Grundlegenden der Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Struktur und Funktion aller Gewebe und Zellen als Grundeinheiten lebender Materie. Wasser tut im Durchschnitt etwa 60% des Körpergewichts oder etwa 40 Liter. Wasser geht täglich aus dem Körper verloren über Haut, Lunge, Nieren und Magendarmtrakt. Dieser Verlust ist notwendig, um normale Körperfunktionen zu erreichen. Deshalb ist es notwendig, jeden Tag den entsprechenden einzugeben, etwa gleiche Wassermenge, um den Wasserhaushalt und die homeostatische Harmonie der Organismen aufrecht zu erhalten. Es überrascht nicht, dass die Qualität des Trinkwassers für die menschliche Gesundheit von großer Bedeutung sein kann. Die physiologischen Wirkungen und Vorteile des Konsums von Kangenwasser werden von vielen Forschern auf der ganzen Welt untersucht. Die Praxis der naturheilkundlichen und biologischen Medizin ist eine elegante Kombination aus Wissenschaft und Kunst, Wissen und Intuition, alter Weisheit und moderner Diagnostik und Behandlung. Im Zentrum der Naturmedizin steht der unerschütterliche Glaube, dass der Körper mit der Fähigkeit geschaffen wurde, sich selbst zu heilen. Um dem Körper zu helfen und seine Heilungsfähigkeit zu verbessern, bemüht sich die Naturmedizin, alle Hindernisse zu erkennen und dann zu beseitigen, die den Prozess der Selbstheilung blockieren. Wenn die Hindernisse beseitigt sind, kann der Körper in einem Zustand optimale Gesundheit zurückkehren. Mein absolutes Engagement für diesen Glauben gibt mir die Kraft, weiter zu studieren, zu lernen, zu üben und tiefe Wahrheiten über Gesundheit und Heilung zu entdecken. Menschen auf der ganzen Welt sind zunehmend besorgt über die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Wir scheinen immer wieder schlechte Nachrichten über den Zustand des Wassers zu hören, das wir verbrauchen. Leitungswasser ist aufgrund verschiedener Faktoren mit verschiedenen Krankheiten verbunden, sogar mit dem Tod. Von Kunststoffen und Pharmazeutika bis hin zu Schwermetallen und Bakterien. Wenn Sie immer noch zuhören, kümmeln Sie sich wahrscheinlich auch um Ihre Gesundheit und das freut mich besonders, damit ich Ihnen alle Informationen geben kann, wie Sie zur Verwendung dieses Ionisators benötigen. Ich persönlich glaube, dass der Konsum von Kangen-Ionisierten Antioxidantwasser entscheidend ist, um einen gesunden Körper zu erhalten. Ich persönlich arbeite seit 2008 mit Wasser und in den letzten zwei Jahren mit der Energy Corporation aus Japan einen Vertrag unterzeichnete. kann ich Ihnen sagen, dass ich keine Erkältung hatte. Kopfschmerzen sind ein Tabuthema für mich. Meine Blumen sind mir sehr wichtig. Damit kann ich sie für längere Zeit frischer halten mit Kangenwasser 6,0 pH. Alle Lebensmittel, die ich für die weitere Verarbeitung vorbereite, reinige, entgifte, extrahiere mit Kangenwasser alle Chemikalien, Pestizide, Fungizide, Herbizide und andere Hermittel. Innerhalb von 12 bis 15 Minuten wird das stark alkalisierte Kangenwasser mit einem pH-Wert von 11,5 wiederhergestellt und das Gemüse, Früchte kehren in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Ich konsumiere Bio-Lebensmittel frisch wie aus dem Garten meiner Großmutter. Ich persönlich stehe mit meinem Namen hinter allem, was ich Ihnen jetzt sage und ich garantiere, dass ich den hohen Nutzen dieses Geräts bestätige, das seit mehr als 47 Jahren erfolgreich auf dem Weltmarkt ist, in den höchsten medizinischen Institutionen, Kliniken wie der Privatklinik Mayo aus den USA, die Kangenmaschinen verwenden. Eingesetzt wird die Maschine sowohl präventiv als als kurative Therapie. Viele von Ihnen werden sich fragen, wo und wie viel Kangenwasser für welche Krankheiten verwendet werden soll. Ich rate Ihnen, Kangenwasser nach der Formel zu trinken, die das 0,04-fache Ihres Körpergewichts beträgt. Zum Beispiel eine 80 Kilo schwere Person. 0,04 mal 80 sind 3,2 Liter Wasser. Das bitte notieren Sie als Tagesdosis. Sie sollten 30 bis 45 Minuten vor einer Mahlzeit Wasser trinken und zu einer Mahlzeit nichts trinken. Alles, was Sie trinken, ist alkalischer als Magensäure und verdünntes. Die Verdünnung der Magensäure beeinträchtigt die Fähigkeit, Lebensmittel, insbesondere Eiweiss, abzubauen, dramatisch. Denken Sie daran, wenn Sie Lebensmittel richtig kauen, brauchen Sie keine Flüssigkeit, um Ihnen zu helfen, bequem zu schlucken. Nach ein paar Wochen werden Sie aus der Gewohnheit herauskommen, mit Ihrem Essen zu trinken. Sie werden nicht einmal den Wunsch nach einer Flüssigkeit haben. Was wissen Sie über Wasser? Wissen Sie etwas über Wasser? Welches Wasser trinken Sie? Haben Sie jemals Ihr Wasser getestet, das Sie trinken? Wissen Sie, woher es kommt und was darin ist? Wissen Sie, wie Wasser im Körper in Zählen absorbiert wird? Kennen Sie die Struktur und Funktion der Zähle? Wissen Sie, wie viele Zählen Sie in Ihrem Körper haben? Welches Element verwenden Sie am meisten an einem Tag? Möchten Sie optimale Gesundheit haben? Warum baden Sie jeden Tag? Warum reinigen Sie die Zählen nicht jeden Tag? Eine Frage an Euch. Möchten Sie eine optimale Hydration des Gerpers, optimale Gesundheit haben? Lassen Sie diese Frage bei jedem Einzelnen bleiben. Was macht eine Krankenmaschine? Die Struktur des Wassers ändert sich. Die Maschine produziert ein sehr starkes Antioxidant, das den pH-Wert in unseren Zellen erhöht und somit die Elektrizität in den Zellen erhöht und somit den Sauerstofffluss in jeder Zelle erhöht und freie Radikale entfernt. Das heißt, reinige die Zelle. Die Verdauung ist ein komplizierter Prozess, der im Mund beginnt, sich im Magen vorsetzt und dann zu dem Darm übergeht, wo Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse betroffen sind und schließlich durch den Dickdarm endet. Wo und wie wir unserem Körper helfen, Nahrung mit lebendigem Antioxidationswasser PESA zu verdauen, möchte ich Ihnen jetzt näher erläutern, damit jeder sie verstehen kann. Kangenwasser ist eine spezielle, lebende und antioxidative, chemisch und mikrobiologisch sauber. Ein Apparat, der aus gewöhnlichen Leitungswasser Heil- und Krellwasser macht. Das Wasser fließt nämlich durch den Filter und anschließend mit sieben, acht oder zwölf Platten in die Kammer. Dies hängt vom Model ab, das aus einer positiv geladene Anode und einer negativen Kathode besteht. Die Trennung von H2O-Molekülen erzeugt Wasser mit einer sehr grossen Menge Antioxidationskraft. Solches Wasser reinigt unsere Zellen von allem, was zu Krankheiten, Bakterien, Viren, Stoffwechselprodukten und Toxinen führt, gegen die Bildung besartiger Zellen. Es wurden Studien durchgeführt, in denen die Wirkung von Kangenwasser auf Patienten mit einigen Krankheiten überwacht wurde, wobei beeindruckende Ergebnisse erzielt wurden. Wasser hat nämlich eine entzündungshemmende Wirkung. Es wirkt gegen alle Entzündungen. Es wirkt auf alle entzündlichen Veränderungen des Knochen- und Gelenksystems, auf Rosazea und Psoriasis und andere Hauterkrankungen. Mit Wasser, mit einem pH-Wert von 11, können Sie Make-up entfernen und mit einem pH-Wert von 6, wirkt es auf die Rehydration der Haut aus, wodurch das bessere Erscheinungsbild von Haut und Gesicht beeinträchtigt wird. Ich möchte Ihnen erwähnen, dass die Energy Corporation denselben einzigartigen magnetischen Duschfilter patentiert hat, der manchmal innerhalb von 6 Monaten ausverkauft ist. Gönnen Sie sich Ihr Spa in Ihrem eigenem Zuhause und für Patienten mit Psoriasis einen Filter, der dem Körper hilft, sich in kürzester Zeit optimal von dieser Hautkrankheit zu erholen. Sie helfen Ihrem Körper, indem Sie stark alkalisiertes, antioxidatives Wasser mit einem pH-Wert von 9,5 konsumieren und normalerweise durch einen Magnetfilter tuschen, der Ihnen 25 Jahre optimales Tuschen mit gefiltertem Wasser und dem richtigen Balsam für Ihre Haut ermöglicht, was Sie mit einem schönen Gefühl und einem gesunden Aussehen belohnt. Nierensteine haben extrem sichtbare Ergebnisse. In den letzten zwei Jahren habe ich bereits einige dieser Maschine empfohlen und Benutzer haben mir bereits bestätigt, dass sie positive Ergebnisse bei der Bildung von Zahnsteinen erzielt haben. Alle haben sich damit gerühmt, keinen Zahnstein mehr zu haben und Zahnärzte fragen sich, was passiert ist. Es gibt eine große Liste, worauf sich dieses Wasser positiv auswirkt. Die Japaner verwenden es seit mehr als 47 Jahren in Japan, zum Beispiel mehr als 6500 Kliniken, als therapeutisches Behandlungsprogramm. Sowohl präventiv als auch kurativ kann ich es nur empfehlen, weil ich so begeistert bin und wenn es 10.000 Franken gekostet hätte, würde ich es ohne nachzudenken kaufen und tatsächlich in meine Gesundheit investieren. Leute, die verstehen werden, was ich gerade gesagt habe, sie sind bereits auf dem richtigen Weg, weil Gesundheit das einzige Kapital ist, das sie haben. Mit einem pH-Wert von 2,5 dient es zur Desinfektion von Oberflächen, Böden, Wunden und das hat gezeigt, dass alle 50.000 Händler, die für Krankenwasser werben, nicht vom Covid-Virus verführt wurden. Mit dem Fortschritt der Welt und der Technologie wächst auch das Wissen darüber, wie die Gesundheit erhalten und verbessert werden kann. Heute steht ein gesundes Leben und eine gesunde Gewohnheit im Vordergrund. Und zum Schluss möchte ich noch hinzufügen, mal sehen, wie sich die Säure in Ihrem Körper widerspiegelt. Wenn Sie keinen sauren Körperzustand haben und genügend Sauerstoff enthalten, können sich Viren in Ihrem System nicht vermehren. Es spielt keine Rolle, was der Virus ist. Solange Sie sauerstoffreich und alkalisch sind, spielt es keine Rolle, welche Mikrobe Ihren Körper angreift, dass sie sich nicht vermehren kann. Krankheitserreger benötigen eine saure Umgebung, um sich zu vermehren. Aus diesem Grund bekommen manche Menschen die Grippe und andere nicht. Einige erkälten sich und andere nicht. Wenn wir 15 Leute in Aufzug haben und drei von ihnen ununterbrochen niesen und alle etwas verstecken, in ihre Hand über Mund und Nase legen, ist das nicht nötig. Mikroben machen dich nicht krank. Sie tun es nie. Sie sind bereits krank, weil ihr Körper sehr sauer ist und nicht genügend Sauerstoff und Nährstoffe vorhanden sind. Sie sind gestresst und haben nicht genug Energie. Dann werden sie krank. Menschen, die nicht krank werden, sind positiv, voller Energie und voller Leben. Sie müssen zuerst erschöpft und depressiv sein, ohne Energie, um krank zu werden. Ich habe viel mehr Informationen für diejenigen, die mehr wollen. Unten werde ich euch meine Koordinaten hinterlassen und warte sehr gerne auf ihren Anruf und Interessenkauf des Ionisators. Ich möchte mich verabschieden mit dem Slogan der Firma Change the Water, Change the Life oder mit anderen Worten Wechsle deine Wasser und kehre zur Gesundheit zurück. Alles Gute und bleiben Sie mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Berater Michael Vedra Tschüss. 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 Tschüss.